Was ist der erste Predigt? Ich glaube, kauf die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Da wusste ich, ja, es ist die Zeit, ihn nochmal vorzutragen. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Stellen wir uns einmal vor, wir wüssten, Jesus kommt morgen wieder. Um seine Gemeinde abzuholen. Wir hätten genau noch 24 Stunden Zeit. Was wäre dann noch wichtig? Wie würden wir diese Zeit verbringen? Vorerst gäbe es eine große Aufregung. Doch sehr schnell würde sich wohl jeder von uns einen Plan machen, was er oder sie in diesen letzten 24 Stunden auf Erden noch erledigen würde. Zunächst einmal würde jeder Christ sich vor Gott beugen und alle Sünden bekennen und bereinigen, die ihn beunruhigen und sein Gewissen belasten. Er würde dann wohl zu den Menschen eilen, denen er Unrecht getan hat und diese um Vergebung bitten und wahre Versöhnung suchen. Dort, wo dies persönlich nicht möglich wäre, würde man anrufen, Briefe schreiben oder faxen. Um noch besser für die Entrückung vorbereitet zu sein, würde sich jeder Christ jetzt wohl noch Gedanken über die versäumten Dienstmöglichkeiten machen und versuchen, zumindest einiges nachzuholen. Vor allem würden wir uns jetzt dafür einsetzen, dass unsere Verwandten, Freunde und Nachbarn ein klares Zeugnis von unserem Glauben hören. Wir würden keine Mühe scheuen und alles einsetzen, um ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. Sie würden unseren Ernst verspüren. Und vermutlich würde jeder von uns an diesem Tag wenigstens einen Menschen zum Glauben führen. Dann würden wir an unser Geld denken und bedauern, dass wir so wenig gespendet haben. Wir würden unsere Sparbücher plündern und das Geld möglichst sinnvoll an Bedürftige verteilen. Niemand würde auch nur im Traum einfallen, an diesem Tag Zeit für Vergnügungen zu vergeuden. Und dann würden wir uns zur letzten Gebets- und Bibelstunde in der Gemeinde versammeln. Das Haus wäre viel zu klein. Fühle würden stehen. Alle würden beten, ohne sich zu schenieren. In der großen Menge und in kleinen Gruppen. Bei dem Teil für freie Beiträge würden die Zeugnisse nicht abreißen wollen. Jeder würde aus seinem Erleben mit Gott erzählen und berichten, was Gott durch ihn an diesem Tag gewirkt hat. Ich bedauere so sehr, dass ich so viele Jahre nicht ganz hingegeben gelebt, wenig in der Gemeinde gedient, wenig gespendet habe, kaum anderen Zeugnis gegeben habe und nur selten bei den Gebetsstunden dabei war, weil ich angeblich Wichtigeres zu tun hatte. Wenn der Herr doch nur ein wenig verzögerte und erst in zwei, drei Jahren käme, so würde sich mein ganzes Leben total verändern. Ich möchte so gerne noch Frucht für die Ewigkeit wirken, Schätze im Himmel sammeln. Keiner würde auf die Uhr schauen und sich das Ende des Gottesdienstes herbei wünschen. Nun, es ist durchaus realistisch anzunehmen, dass Jesus morgen wiederkommt. Alle Zeichen unserer Zeit sprechen dafür. Doch vielleicht haben wir gerade diese zwei oder drei Jahre noch als Zeit des Wirkens für den Herrn übrig. Dann wäre unser Wunsch ja tatsächlich erfüllt und wir hätten Zeit, um einiges von dem Versäumten nachzuholen. Fangen wir heute damit an. Amen. Amen. Freund, komm zu Jesus heut. Er starb am Kreuz für dich. Lass die Vergangenheit, komm, stell dich in sein Licht. Er nimmt die Sünde fort, dazu gibt er sein Wort. Lass ihn ins Leben ein, er will dein Alles sein. Heute scheint jener Tag, wo es zu spät sein wird. Heute noch kommen mag, wer seine Stiebe hört. Nimmst du die Gnade an, wird Rettung dir zuteil. Schieb es nicht länger auf, jetzt ist der Tag des Kreises. Heute noch steht der Herr mit offenen Armen da. Schieb es nicht mehr auf, jetzt ist der Tag des Kreises. Schieb es nicht mehr auf, jetzt ist der Tag des Kreises. Schieb es nicht mehr auf, jetzt ist der Tag des Kreises. Schieb es nicht mehr auf, jetzt ist der Tag des Kreises. Schieb es nicht mehr auf, wo es zu spät sein wird, Heute noch kommen mag, wer seine Stimme hört. Schieb es nicht mehr auf, jetzt ist der Tag des Kreises. Amen.